Ich hab geträumt, ich wäre Pizza essen mit Marky Smith Natürlich hat er mir erzählt, wie scheußlich alles ist Wir haben geredet und gesessen fast die ganze Nacht Am Ende hat er mir erzählt, wie man Platten macht Ich hätte wirklich niemals nur im Traum daran gedacht Doch ich hab so zu sagen, mit Marky Smith die Nacht verbracht Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!